Herzlich Willkommen auf HipHop.de, herzlich Willkommen bei On Point, mein Name ist Aria, ihr wisst ja Bescheid, jede Woche Montag auf HipHop.de Und, ja, der Sommer ist fast schon wieder vorbei, ja, schneller als er angefangen hat, ist er schon wieder vorbei. Der Juli ist fast vorbei, einweißter Juli, heute letzter Tag des Julis, morgen fängt der August an und deswegen dachte ich mir, werfen wir mal einen kleinen Blick voraus auf morgen und übermorgen und übermorgen und die nächsten 31 Tage und gucken wir mal, was da so Deutschrap-mäßig abgeht. Uns erwarten natürlich einige Platten, ja, wie wir das ja schon seit, äh, jetzt schon vielen, vielen Monaten, so ein, zwei, drei Jahren oder so machen, fragen wir euch ja immer auf HipHop.de, am Ende des letzten Monats, auf welches Release des nächsten Monats freust du dich denn am meisten, ja, da stellen wir dann alle Alben zur Wahl, die nächsten Monat kommen, das sind ja meistens so, was weiß ich, zwischen 15 und 30 Alben, ne, die insgesamt jeden Monat rauskommen und ich dachte mir, diesen Monat, beziehungsweise für August, sprechen wir mal über die von euch 5 am heißesten erwarteten Alben des Augusts. Und zwar, ja, ich halte das Intro kurz, so wie unser geschätzter Kollege Roos immer sagt und fange mit Nummer 5 an. Ihr habt auf Nummer 5 gewählt das neue Album von Moses Pelham, ja, Moses Pelham kommt zurück mit seinem Album Herz. Was heißt zurück, ne, ich meine, bei Moses Pelham sollte man generell ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Äußerungen und, äh, Betitelungen, weil Moses Pelham einfach jemand ist, der zur Deutschrap-Historie so krass dazugehört wie kaum ein zweiter. Ne, als Straßenrap-Pionier mit dem Rödelheim-Hartrein-Projekt Anfang der 90er, dicker, 1993, 94, wo Straßenrap in Deutschland noch nicht existiert hat, die Blow-Pause geliefert, der direkt aus Rödelheim heißt das Ding, heißt die Platte, müsst ihr euch mal anhören, wenn ihr das noch nicht kennt, Straßenrap-Pionier, Straßenrap-Veteran, Vater, Legende, wie auch immer man das nennen mag. Ich hab's ja letzte Woche in der On Point, die man hier jetzt finden kann, über Azad kurz anklingen lassen, da hab ich gesagt, ja, Azad, der Straßenrap-King und so, da muss man aber auch immer Moses erwähnen, denn, ne, er hat dieses Genre in Deutschland einfach geprägt, war mitverantwortlich oder hauptverantwortlich, würde ich sagen, für Karrieren wie von Xavier Naidoo, Sabrina Settler, Glashaus, ne, ein Teil von Glashaus auch, hat als erster Typ überhaupt auch Azad unter Vertrag genommen, damals bei 3P und allein deswegen ist es interessant, immer wenn er ein Album bringt, er ist natürlich auch bekannt dafür, dass er sich gut und gerne mal viel Zeit lässt zwischen den einzelnen Alben, ich mein zum Beispiel zwischen Geteiltes Light 1 und Geteiltes Light 2 lagen, glaube ich, 6 Jahre, wenn ich mich nicht irre und dann zwischen 2 und 3 ganze 11 oder 12 Jahre waren das, Geteiltes Light 3 kam 2012 raus, ja jetzt 2017, also wieder 5 Jahre später das nächste Studioalbum von Moses Pelham, aber, so sehr er auch dafür bekannt ist, dass viel Zeit zwischen den Alben liegt, genauso hoch ist dann eben auch die Qualität der einzelnen Platten und deswegen ist es auf jeden Fall ein Ding, was man sich anhören muss, ja, wer schon einen Vorgeschmack haben möchte, kann sich ja die erste Single You Remember reinziehen, mit Video, bisschen melancholisch, bisschen erzählisch, so über die Vergangenheit, lustig auch eigentlich, dass so jemand wie Moses Pelham jetzt mehr Präsenz als vielleicht je zuvor für die eigentliche Persönlichkeit so ergattert durch diese VOX-Sendung Sing mein Song. Am 11. August kommt die Platte raus, ja, so wie ein paar andere Platten hier auf unserer Liste auch, Moses Pelham, Herz zieht euch dazu, die lange, ausführliche, was los, Fahrt im Auto mit Moses und Ruth rein, da geht es auch um sehr, sehr viele interessante Themen, wie Raubkopien zum Beispiel, wie Veganismus, Vegetarismus und so weiter und so fort, nicht nur Musik, ne, aber viel, viel Vergangenheitstalk auch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Auf Platz 4, der am heißesten erwarteten Alben im August 2017, habt ihr gewählt, ja, das zweite Album von Say It, ja, junger Künstler, unter den Fittichen von Kollegah natürlich, Nachfolgealbum seines Debuts, Engel mit der AK aus dem letzten Jahr, ne, und man weiß ja, man weiß ja auch aus der Vergangenheit, wie schwierig es sein kann, sich als junger Künstler, ne, Künstler, der auch vorher ein unbeschriebenes Blatt war, unter so einem großen Schatten wie Kollegah zu etablieren, das weiß man natürlich ganz konkret am Beispiel von Majo, der da jahrelang mit zu kämpfen hatte, wo Kritiker sehr, sehr viel Angriffsfläche bei Majo gesehen haben, immer wieder auch der Vorwurf kam, er solle sich mal lösen von Kollegah, musikalisch, persönlich und so weiter und so fort. Ähnlich war dann natürlich auch die Kritik bei Say It, ja, und seinem Debütalbum letztes Jahr. Man hat bei Majo gesehen, es benötigt ein paar Alben, ne, nicht nur bei Majo, sondern eigentlich bei jedem Künstler. Nur bei Majo und Say It, das sind zwei Künstler, die natürlich direkt mit ihren ersten Solo-Versuchen, sag ich mal, direkt auch unter einem ganz großen Scheinwerferlicht stattgefunden haben. Und es benötigt seine Zeit, es benötigt so die ein, zwei, vielleicht drei Alben sogar, bis man seinen Stil, bis man seine Linie gefunden hat, der man dann treu sein möchte oder die man dann wirklich hundertprozentig so repräsentieren und hinterstehen möchte. Das hat man bei Majo gesehen, das hat wirklich zwei, drei Alben gedauert, bis die Leute jetzt gesagt haben, ja, okay, das ist ein Künstler, den kann man greifen, wir wissen jetzt, was er möchte, wo er hin möchte, was er meint, was sein Sound ist. Und darauf arbeitet Say It, denke ich, momentan auch hin, nicht ohne Grund, ne, sind die ersten Singles, ersten Videos, ersten zwei, drei Vorgeschmäcker aus dem Album, alle ohne Kollegah, ohne den Label-Boss, ne, man versucht das soundtechnisch jetzt so ein bisschen den Künstler quasi abzugrenzen, isolieren, zu zeigen, wofür Say It selbst steht. Da bin ich gespannt, inwieweit Say It so seine Linie finden kann jetzt mit diesem Album. Es wird ja auch ein paar Interviews geben, ne, es gibt eine lange, ausführliche Was-Los, die jetzt die Tage kommen wird und da wird er sich mit Sicherheit auch nochmal selber erklären können oder die Möglichkeit haben, nochmal selber über seinen Sound, über seine Ziele, über seine Herangehensweise zu sprechen. Sein zweites Album, Cold Summer, kommt am 18. August, er wird verschoben, sollte eigentlich, glaube ich, am 4. August, ist ja auch egal. 18. August, Cold Summer, zweites Album vom bislang, ne, ist auch interessant, einzigem Alpha Music Empire Signing, natürlich außer Kollegah, ne, Label-Boss, Signing Say It, zweites Album, pfff, let's see. Jetzt sind wir schon auf dem Treppchen angekommen, das drittmeisterwartete Album, August 2017, für euch massiv, Blut gegen Blut X, Infinity Reloaded sozusagen, ja, Blut gegen Blut Reihe ist ja legendär, seit dem ersten BGB was massiv gedroppt hat und damit ganz schön die Deutschrap-Szene aufgemischt hat, zu Beginn seiner Karriere und seitdem hat sich, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel verändert. Ja, nicht nur in der Deutschrap-Szene, auch für massiv und seine Karriere. Er hat jetzt für dieses Album quasi ein großes Versprechen abgegeben an seine Fans. Er hat gesagt, ey, es soll heiß hergehen, keine Sorge, ist ja Blut gegen Blut, das soll hart werden, aber ich verzichte auf großartig vulgäre Sprache, ich verzichte darauf, viele Schimpfwörter zu droppen und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Kompromiss, ja, egal wie man das dreht und windet, es ist ein Kompromiss, ein hartes Gangster-Street-Rap-Album zu machen im Stile von Blut gegen Blut, ohne solche Begriffe zu verwenden. Es ist eine Herausforderung auch für massiv, ich bin gespannt, wie er das gelöst hat, aber das ist ja auch ein Kompromiss und eine Erwartungshaltung von den Fans, denen sich massiv bewusst stellt, er entscheidet sich bewusst für diese Sache, ich denke mal, er hat sich schon Gedanken darüber gemacht, wie er das lösen wird, wie er das Problem lösen wird. Wenn man die ersten Singles, ersten Videos, ersten Sachen, die auf Spotify jetzt auch sind, sich anhört, denke ich, wird da viel über Sound, Delivery, Beats gelöst werden, viel Aggressivität dort kompensiert werden. Die ganzen Singles bisher klingen alle sehr, sehr brachial und laut und so wird das, denke ich, für die Fans auch kein Problem, da die Aggressivität und die Brachialität von einem typischen Blut gegen Blut wiederzufinden. Wird man dann am 11. August, ja, gleichzeitig wie Moses Palem, der da mit Herz kommt, kommt massiv mit BGBX, wird man sehen, wie er das dann gelöst hat. Und, apropos 11. August, ja, da sind wir schon beim Vizemeister unseres Votings quasi, ja, am zweitmeist erwartetes Album 2017. August ist natürlich, ja, wer könnte es anders sein, Manuelsen mit seiner Platte, der Löwe. Manuelsen droppt ein Album wie ein Löwe, droppt Singles wie ein Löwe, hat vor allen Dingen auch letztes Jahr, finde ich, wie ein Löwe, ja, mit Gangland, eins der stärksten und vielfältigsten Alben 2016 gedroppt. Gerade deswegen war ich sehr, sehr gespannt und interessiert daran, wie Manuelsen daran anknüpfen kann. Ich finde, mit Gorex hat er eine sehr, sehr geile Symbiose gefunden. Ja, das ist für mich eins der besten Rapper, Produzenten, Duos. Ich weiß nicht, ob die beiden das überhaupt so sehen, aber, ne, auch Alex Dehn da im Studio als der Piano Man. Eins der geilsten Teams eigentlich so, die es in Deutschland momentan gibt, was Produzenten und Rapper angeht. Ich habe das Album, ja, jetzt seit ein paar Wochen hier schon rumliegen, durfte es hören, dankenswerterweise, und muss sagen, ich bin begeistert von der Platte, ja. Ich mag die Platte sehr, man wird jetzt sehen in Zukunft, ob das jetzt für mich so gut war wie Gangland oder nicht, ne. Gangland hat man halt über ein Jahr Zeit, sich das anzuhören, aber ich finde zum Beispiel, ja, dass bei Der Löwe die Singles, die bisher draußen sind, also Endgegner, Der Löwe, ja, Plato, Plum und so weiter, das sind nicht mal die besten Songs für mich, ja. Wenn ich Singles ausgewählt hätte, ich hätte andere ausgewählt, andere Lieblingsdinger von mir, zum Beispiel, damals hatten wir gar nichts, ja, sozusagen der Follow-up-Song zu Damals hatten wir gar nichts auf dem Kass-Album, Kass ist auch auf diesem Song drauf, auch sehr nice geworden. Krieg an zwei Fronten ist so eins meiner Favorites, On Fleet, muss ich sagen, der gerade auch als Video rauskommt, ist auch einer meiner Favorites und ganz nebenbei mal so gesagt, ja, der Song mit dem Motrip-Magnet, alter Dicker. Wieder mal natürlich ein hervorragender Motripper, mir geht das Herz immer auf, wenn ich ihn rappen höre, gerade auch auf so einen Song, der so ein bisschen, ey, alter, eigentlich für mich, der Song-Magnet hat voll das Hit-Potenzial. Das Ding könnte eigentlich locker im Radio und so weiter laufen, auch geil. Also, der ist jetzt nicht kitschig oder so, aber der ist nice, der ist super, Alter, der ist dope. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Leute zu der Löwe sagen werden. Für mich war Gangland so ein bisschen underrated von den Leuten draußen, ja, sind nicht so krass drauf abgegangen, wie ich es geil fand, ja, deswegen bin ich gespannt, ob es bei der Löwe vielleicht dieses Mal der Fall ist. Ich würde es mir wünschen und kommen wir dann zum absoluten, unstreitbaren, mega, hyper, ultra Highlight des Augusts 2017, wenn es nach euch geht. Denn 73% der Leute, die gevotet haben bei uns im Voting, haben gesagt, Raph Camorra, Anthrazit ist für uns das heißeste Album. August 2017, darauf warten wir gespannt, wollen sehen, wie der Sound ist, wie Raph jetzt abliefern kann auf dem Solo-Album. Und ich muss sagen, klar, klar, für mich auch, ich bin auch sehr gespannt, wie Raph nach diesem Palmenos-Plastik-Hype sein Ding da rauszieht. Ich meine, musikalisch zweifelt, glaube ich, niemand in Deutschland, in der Deutschrap-Szene von den Fans, von den Kritikern und so weiter, musikalisch zweifelt ja niemand an Raph. Jeder weiß, ein Großteil der musikalischen Umsetzung von Palmenos-Plastik geht auf seine Kappe, andererseits natürlich auch Hype-technisch geht vieles auf 1,8,7 ihre Kappe. Deswegen die Frage, kann Raph den Hype von Palmenos-Plastik jetzt auf sein Solo-Ding ziehen und weiter halten? Mich würde es sehr freuen, weil es verdient hat, diese Aufmerksamkeit, auch für sein Solo-Album, was jetzt wahrscheinlich sogar ein bisschen introspektiver, ein bisschen so persönlicher wird als das Palmenos-Plastik-Ding, was ja lyrisch und inhaltlich viel Party, Straße, auf die Kakao und so weiter war. Nicht nur, aber hauptsächlich. Und zweitens, was ich ganz interessant finde, natürlich, während Bones von Raphs Musikalität auf Palmenos-Plastik profitiert hat, denke ich, und das haben die ja auch oft gesagt, hat Raph auch viel von dieser Leichtigkeit von Bones profitiert. Was ein Stück weit, finde ich, bislang in Raphs Solo-Musik vielleicht gefehlt hat, das war alles so ein bisschen verkopft, nicht wirklich leicht oder locker flockig oder dass es mal so wirklich intuitiv wirkt wie auf Palmenos-Plastik, das hat schon immer sehr, sehr mechanisch gewirkt bei Raph und da bin ich gespannt, wie er das löst, ob er da was von Bones Leichtigkeit mitgenommen hat, mitträgt auf Anthrazit, aber ich meine, am Ende des Tages sind das ja alles wirklich nur Luxus. Also da reden wir wirklich über ein sehr, sehr hohes musikalisches Level und wirklich nur über Einzelheiten, die dann noch so geschraubt werden müssen und dann hat Raph auch das Ding, so ein Album zu basteln, wo wir dann am Ende des Jahres sitzen und sagen werden, Album des Jahres, muss man drüber reden. Also rein potenziell muss man sagen, Raph Camora ist in der Lage auf jeden Fall so eine Platte zu basteln. 25. August ist es soweit, Anthrazit, auf der ersten Single, beziehungsweise in der ersten Video-Auskopplung ist ja Bones auch direkt wieder dabei, was sich für eine spannende Entscheidung hielt. Also man wird vielleicht direkt erstmal sagen, ja gut, Raph, Solo-Album, versucht er sich jetzt vielleicht zu distanzieren, musikalisch von Bones, damit die Leute nicht sagen, ja, das ist ja auch schon wieder Palmen aus Plastik. Aber, erstens, krasses Ding geworden, krasses Video auch von Shao Kasado geworden, braucht man kaum noch betonen nach der Palmen-Action letztes Jahr. Und man merkt es direkt, ja, es ist lyrisch tiefer, verkopfter, bisschen persönlicher natürlich, reflektierter als das Palmen-Zeug letztes Jahr und das wird, denke ich, dann das Interessante sein, was erzählt Raph über das vergangene Jahr und über die vergangenen zehn Jahre und was ist Raphs Geschichte? Jetzt hat er endlich mal die Bandbreite und die Reichweite von Leuten, die ihm zuhören, endlich, die er verdient hat und kann seine Geschichte endlich mal auf der ganz großen Bühne erzählen. Ich glaube, Anthrazit ist das Raph-Ding, worauf er seine ganze Karriere quasi hingearbeitet hat, das Solo-Album, worauf er die ganze Zeit hingearbeitet hat und dementsprechend hohe Erwartungshaltung natürlich, aber ich denke, Raph ist jemand, der das auf jeden Fall auch erfüllen könnte. Ihr seht, August ist heiß, ja, der August ist heiß, Raph hier mit dem Abschluss passenderweise auch am 25. August, also fast in vier Wochen wird er da droppen. Ihr habt eure Stimme ja natürlich schon abgegeben auf hiphop.de, ne, welches Album ihr am heißesten erwartet, aber vielleicht schreibt ihr mir nochmal in die Kommentare, warum ihr für Raph gestimmt habt, warum ihr für Manuel gestimmt habt, Massive Sad, Moses Pelham, was ihr an dem Album am stärksten findet, vielleicht auch welche der Singles, von welchen der Künstler ihr bis jetzt am stärksten findet, die draußen sind. Vielen Dank fürs Zugucken, On Point, ihr wisst ja Bescheid, jede Woche Montag, guten Rutsch in den August an der Stelle. Vielen Dank fürs Zugucken, hiphop.de, ihr wisst ja Bescheid. Peace!